So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Das in der letzten Folge war ja mal gar nichts. Jetzt. Oh, Munition zum Glück immerhin etwas. Wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein. Dann würde ich das ausdiskutieren. Und das sollten wir auch tun. Ich glaube, der Kollege wird nicht mehr lange leben. Wie unauffällig wir da oben stehen. Er ist mit ein paar Tüten runter. Dann geh ihm nach. Okay, erstmal hier Munition auffrischen. Puh. Guck mal, ich habe sogar neue Waffen. Oh, geil. Wisst ihr was? Hahaha. Die sehen natürlich auch geil aus. Die Borddeagle. Ist das die Magnum quasi? Will ich eine Magnum mitnehmen oder will ich die Borddeagle? Die fällt sogar unter Revolver. Wie geil ist das denn? Boah, wisst ihr was? Ich nehme mir jetzt die... Ich nehme die Borddeagle mit. Und zwar in der Standard. Die muss so richtig schön glänzen. Kompensator vorne drauf. Optik brauchen wir nicht. So. Hier haben wir das AKM. Das ist mir egal. Das sind halbautomatische Waffen. Das machen wir so. Ne, ne. Das passt schon so, wie wir das machen. So. Wenn wir mit der schießen, dann ist es sowieso egal. Aber mit der Borddeagle möchte ich eigentlich doch schon ganz gerne in Charge... Da kann ich gar kein Ding drauf machen. Ach, das ist doch blöd. Ne, ne. Dann nehmen wir doch lieber die hier wieder mit. Und können da einen Schalldämpfer drauf machen. Das ist mir aber echt ein bisschen wichtiger. Visierung braucht kein Mensch. Was ist denn das? Verbesserter Standard. Hätten wir auch gerne. Naja. So, wir sind ausgerüstet. Munition aufgefrischt. Jetzt dürfen wir hier unten mal uns... Ach, das ist dieses Ding. Kann ich das von hier aus scannen? Yes. So, jetzt muss ich die zwei da unten erstmal festnehmen. Oh, noch einer. Besser ist das, ne? Habe ich auch gemerkt. Young Lady. Oh, scheiße. Das war doof. Ich drücke aber auch instinktiv die falsche Taste. Yes. Das war knapp. Die gucken aber auch alle auf denselben Fleck. Was soll denn das? Was mit der Ableckung hier hat vorhin so lange funktioniert. Bis ich es komplett verkackt habe. Was ist das? 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 Kann ich die zwei festnehmen, ohne dass die anderen Verdacht schöpfen? Oh, scheiße. Ich muss hier weg. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Okay. Und es wird geballert. Das war echt nicht der Plan, Mann. Scheiße. Mann, das ist schon wieder nicht das, was ich wollte. Was soll denn das? Habe ich hier auch freigeschalten? Habe ich schon. AKM, AKM. Schande, Mann. Das mit dem Verhaften läuft aber... Oh, was ist denn das für ein giftiges Gas da? Boah, was hat der da schönes? Mac 10. Gut, die kennen wir auch schon. Nach, Mann. Dann muss ich dem nach unten folgen. Aber wo geht es hier nach unten? Ach, hier. Ich hier richtig? Okay. Psst, leise. Schande. Ich wollte die alle jetzt wunderbar verhaften. Hat nicht funktioniert. Komm, mach da Ding auf. Dann scannen wir das mal. Ach so, das ist ja die. Okay, hier ist alles zu. Ganz ruhig. So. Haben wir wieder einmal eingesnackt. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ne. Ich soll mal kurz auffrischen. Ach so, das ist dieser Taser. Gut. Kamera einsetzen. Ach, du Scheiße. Okay, wir haben jetzt alle gefunden. Wir müssen jetzt hier in dieses Riesengewächshaus. Die Kollegen hier hinten. Bleib, wer du bist! Nummer eins erledigt. Bleiben nur noch 20. Der Kollege, der da oben auf dieser... Du machst jetzt vor allem gar nichts mehr, Kollege. Mein Gott, ist das spannend hier. Kleiner Razzia hier, hä? Hier im Rampenlicht. So, der nächste. Hoffentlich dreht er sich jetzt nicht um. Runter mit der Kniffte, mein Freundchen. So, jetzt verhaftet ihr hier alle. Jetzt läuft sie. Wir sind wieder im Rennen. Da hinten ist noch einer. So, da hinten ist dann unser geschätzter Herr Stoddart. Hoffentlich dreht der sich jetzt nicht um. Brüll halt noch lauter. Das bekommt ja sonst keiner mit. So. Wir haben jetzt hier alle ausgeschalten. Das ist gut. Beweismaterial gefunden. Die sind gut hier. Achso. So. Schande, da hinten haben sie einen gefunden. Der ist hier sicher noch irgendwo. Ich picke das. Schande, ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt beide hätte. Egal. Komm, schnell, 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 schnell. Hab dich. Okay, alles easy. So. Mein Gott, ist das spannend wieder alles, ey. Ich wiederhole mich zwar die ganze Zeit, aber es ist echt spannend. So, wir haben den Beweis. Euch zerstöre ich mal eure schöne Scheiße hier. Ja, das war's mit den Pflanzen. Hier ein bisschen Sabotage. So, wo ist jetzt der Typ hier? Der ist da hinten. Okay. So. Wir haben die Kollegen und jetzt dürfen wir Stoddart hoffentlich festnehmen. Los geht's. Scheiße, er hat ihn erledigt. Hätte ich mir noch fast gedacht. Du hier, witzig. Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich stück sie ins Hälfte. Nimm die scheiß Waffe runter, Nick. Lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ. Greif sie nicht an, Nick. Finde raus, wo sie hinwollen. Hast du Hülle, Wallace? Nichts. Hier ist alles okay. Irgendwas stimmt da nicht. Wow. Jetzt verpisst der sich. Woppa. Bäm. Ist das ne Action hier? Ich leg mich immer hin. Was soll denn der Quatsch? In dem Fall ist das echt Banane hier mit ihm. Wow, 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 wow. Was schießt denn da? Die sind gut, ey. Leck mich am Arsch, geht das ja ab. So. Schande, ey. Der hat ihn, okay, gut. Kurz nochmal Munition auffrischen. Kommst du jetzt mit, du Drecksau? Sonst schießt die ins Knie. Mein Wagen ist rot. Los jetzt. Meiner nicht. Ich hab da ein ziemlich mieses Gefühl. Wo denn? Ach, da hinten. Dann machen wir mal den Laden auf. Räumungsverkauf. Okay. Okay. Na super, jetzt müssen wir auch noch mit dem korrupten Schwein hier zusammenarbeiten. Was soll denn das, ey? Ich will das gar nicht. Gut, er glaube ich auch nicht. Er tut das auch nur aus, aus, ähm, Liebe zu seiner Partnerin. Liebe ist ja eigentlich auch falsch. Sie haben halt ein gutes Verhältnis. Ist auch falsch. Ach, egal. Wir müssen einfach unsere Partnerin. Geil, wie cool der Wagen da, die Räder schon standen und richtig nach vorne rutscht. Mach nix. Praktisch, dass hier immer alles hier im Kofferraum ist. Ist da draußen irgendwas? Doch, da hinten. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Los jetzt. Ah. Mal aus Versehen noch, äh, jemanden gescannt. Praktisch. So, wie können wir die jetzt alle festnehmen? Ich hoffe nur, dass der mich hier nicht sieht. Komm, schau ihn schneller. Dann können wir den da oben auch noch grad snacken. Und wieder einer weniger. Hoffentlich kann ich jetzt von hier aus schon direkt die Alarmanlage ausmachen. Das wäre mir sehr recht. Okay, ganz ruhig. Hab dich. Wir spielen hier lauter Funksmanage. Finde ich ziemlich... Kann ich den nicht irgendwie... Ah, das wollte ich gar nicht. Ich will den jetzt festnehmen. Was soll denn das? Ach, Mann, ey. Da wollte ich den doch einfach gemütlich festnehmen. Wie sind die da reingekommen? Wieso müssen wir jetzt das Ding aufbrechen? Mach schon. Sieht ziemlich kaputt aus. Mein Gott, ist das voll wieder. Ziemlich vieler. Du hattest recht. Eins muss man Ners lassen. Er schafft Arbeitsplätze. Hm. So, wo gehen wir jetzt am besten hin? Ich glaube, wir müssen hoch, ne? Äh, was? Was tut der? So, muss ich jetzt da hoch? Ah, da bewegt die nicht da rein, sonst schlage die tot. Und zwar wie du da stehst. Halt der da rüber. Komm schon. Halt! Du bist verhaftet! Ja, ja, kein Problem. Ich arbeite hier nur. Er arbeitet hier nur. Ja, jetzt arbeitest du nicht mehr, Mann! Aber ich muss hier einen nach dem anderen hier jetzt festnehmen. Okay, ganz schön. Damit ich hier in der Ruhe alles machen kann. Also, irgendwie ist... Ich weiß nicht. Das ist ziemlich monoton auf Dauer. Wird eben auf Dauer irgendwie etwas langweilig. Der Kollege soll es auch... Wunderbar. Ja, ja, kein Problem. Und noch einer. Es sind halt doch immer irgendwie... Es ist immer wieder das Gleiche. Dieses Festnehmen. Zack, 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 zack. Und wir könnten mal jetzt runter. Da kommt gleich einer aus dem Eck. Der Kollege liegt halt etwas offensichtlich da rum. Schnelle, wie kann ich nicht hin? Also, hier runter. Psst. Da oben sucht einer ab. Okay. Scheiße, das ist noch einer. Da ist uns. Boah. Boah, Schande. Das war kalt. Muss ich hier schon... Muss ich schon wieder einen von diesen Typen erledigen? Nee, das war nicht... Okay, jetzt muss ich mich mal kurz erholen. Bezweifle ich. Alles klar. Ich kann nicht jederzeit erschießen, Kollege. Wir können nicht auch mal tasern. Einfach auf Spaß. Jo, liebe Freunde. Dann machen wir die Tür das nächste Mal auf. Macht's gut. Bis dahin. Dummo Roboto. Nein. Okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.